hallo hackervorsteck ein hackervorsteck kommt jetzt will ich erst mal gucken wegen meinem scharfschissgewehr weil das ist irgendwie ohne schalldämpfer habe ich so das gefühl man hört es zwar kaum aber das sieht halt komisch aus das ding das sieht irgendwie eine schrotflinte aber ausgehen der guckte einfach mal mit schrot bei scharfschützengewehr die sti ist scharfschützengewehr hol das er guckt doch einfach mal ok ok stelle ich mich interessiert nicht zum schul der ehren du hast ja selber benutzt so ich glaube es aussieht ob es schießt darum dass ich nicht weiß ob das ding jetzt schaltern warte noch nicht das meine ich kannst du doch machen das ist aus Die Armbrust hat halt Geräusch, Geräusch im Mittel, IMP, Düppel und Schlafgas. Also drei Dinge auf einmal. Im Gegensatz zu der anderen Armbrust. Aber kannst du damit bloß einen bestimmten Pfeil aussuchen und den kannst du schießen. Kannst du doch wechseln. Nein. Doch. Boah. Klar. Alter. Du kannst doch wechseln. Du kannst die Pfeile nicht wechseln bei der Waffe. Bei der normalen Armbrust kannst du... Feuer hat absolut lautlos verschiedene Nicht-Tütteln. Aha. Ich hab doch nicht umsonst alle drei aktiviert, sonst wird's ja nicht gehen. Wie das bei der Pistole zum Beispiel ist. Aber du kannst mit der anderen, mit der taktischen Armbrust, wie ich das... Hä? Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist, dass die... Ähm, noch Geräuschermittler hat. Ja, Geräuschermittler. Dann IMP, Düppel und Schlafgas halt. Und die hat eine andere Farbe. Die ist dunkel. Die hat drei von drei abgewählt. Im Gegensatz zur taktischen Armbrust, der hat ja nur Schlafgas. Steht zumindest so da. Ich weiß nicht. Die IMP hat ja auch, ich weiß, aber... Als Upgrade steht nur... Ja, Geräusch, Dippel. Als Schlafgas... Äh, als Munition steht kurioserweise nur Schlafgas da. Hm. Hm. Ja, die andere ist ja dann nützlos wegen der einen scheiß Munition mehr. Uff, was die Kapp hab ich. Ich könnte ja mal Tränengas mitnehmen. Ja, vielleicht auch ganz praktisch, meinst du nicht? Nicht. Wozu? Na, dann heulen die halt ne Runde. Pfff, stimmt. Wie ist sie? Also können wir auch loslegen. Hopp. Piiiiklar. Wo ist sie? Estland. Äh, 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 was? Ey, wo sind wir denn hier? Immer bei der Russen die ganze Zeit. Irgendwie. Keine Ahnung. Weil hier die Missionen, die haben es echt in sich, ne? Die Anlage. Es gibt drei Schlüsselpositionen, an denen man auf die Datenkabel zugreifen kann. Die müsst ihr verwandeln. Ich werde sie auf der Blaupause markieren und auf eure Offsets schicken. Fältig. Bums. Ich glaube, diese Silos könnten hilfreich sein. Was hältst du von einem kleinen Sprint? Hört sich gut um... Ich glaube, hier sind Minen. Jupp, da sind Minen. Genau da. Warte mal, ich sehe... Ach, warum schaltet denn das immer bedrückt? Das ist so nah weg. Uiuiuiui. Was denn? Und das? Achso. Ich habe gleich am Anfang den Scharfschützen weggerutzt. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt mal die Minen. Pass auf, bei dir ist Miene. Scheiße. Ey, was machst du denn du? Wie machst du denn das? Durch die Minenlöwen. Wie hast du das gemacht? Hä? Aber sei doch vorbei. Oh, hier geht es jetzt nicht weiter. Ne, du bist genau über eine Mine gelatscht. Ne. Doch? Ohne Mist? Ja, ganz klar. Hier ist lang. Ah ja, da muss ich auch mal wieder was sehen, ja. Oh, hier sind ja noch mehr Minen. Ja gut, die sind ja jetzt nicht so schlimm. Momentan jedenfalls nicht. Äh, ich will auch hier durch. Bitte. Warte los. Warte mal, wo fängt denn der Leser an? Schießt das Ding mal ab, was genau hier ist. Hier ist mir nicht. Der Sender. Jupp. Laser weg. Ja, wir stehen überall leider. Und einer läuft hier lang. Oh. Oh. Oh, oben. Ja gut, die oben sind erstmal uninteressant, würde ich sagen. Oder? Oh, man hätte auch so den Leser umgehen können, einfach oben lang. Oh man. Ja, ich habe Schiss. Ich habe Schiss. Soweit. Oh, ohnehin. Mach doch! Ufff! Was denn? Mir kann das nicht. was machst du hast du ein fuhre läuft doch wieder weiter das kommt man auch noch nicht hier wieder der einzige weg zu sein wo du bist hier kann man gemeinsam klettern ganz durchs fenster menschen menschen hier wo ich bin können wir gemeinsam klettern könnten durchs fenster durch weil das fenster offen macht sie doch nicht schwieriger wie es schon ist was war das wo ist denn der typ verloren klössi da müssen wir einen typen einfangen welches macht durch das fenster wolltest du ja hätten wir gemeinsam gemeinsam hoch klettern können und da drüben ist ein typ die wir einfangen müssen ja jetzt ist er weg die ist gerade irgendwie weg ok ich habe hier schon wieder eingekillt schon gesehen was sind die doch nicht hier liegen mensch so ach hier ist einer zum eingang ich sehe ich jetzt auch wo ist denn der scheiß laptop überhaupt doch hier ist er hier ist der datenstrom angezapft noch zwei und es geht nach hause alter ich habe ihn gerade gesehen machst du da ist er da ist einer da ist einer da ist einer da ist auch noch einer da ist auch noch einer das sind die die ich jetzt sehe von mir aus wo du ja da am fenster hängst wo du ja da am fenster hängst na komm geh nochmal von dem ding weg ja warte mal komm mal hier hoch hä na was ist denn ach jetzt komm ich wieder rein ich kam nicht rein weil du davor gehabt hast ja nur so bumm da ist der verkackte laptop unten drunter ey da ist 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 da komm ich gar nicht hin ich hab die laptop da komm ich nicht hin da drüben scheiße das ist ja jetzt kacke also hier da jup und laser und da ist der kasten zapp wanns herkommen da bist du denn gerade auf dem anderen weg vielleicht bei dir ich bin bei dem heckteil in der nähe in der nähe zumindest scheiße irgendjemand wecken sie wieder auf kratten greif auf ihre systeme zu ich hacke gerade ein teil keine sauer hat mich gesehen das das die doch auf der dritte ist oben 5 meter über mir die ich habe zwei ausgeknipst da ist ein den wir einfangen müssen da das kann ich wo bin ich denn hier wieder woanders will ich los was der einfang typ komm ich denn dahin